Wo sollst du das voll wissen? Weil ich muss halt jetzt auch noch die Tanks da setzen, vor dem Dünger. Achso ja, ich hab da Solar-Dünger gefunden in der Bauliste. Nur die kannst du nur auf geraden Flächen bauen und nicht auf der schrägen. Es gibt noch welche für die Schräge. Okay. Habe ich schon gesehen. Dann muss ich erst noch suchen. Ja, alles gut. So. Jetzt muss das natürlich so kannst du mal wochen am Film, also für YouTube, Expeditions-Talk. Wegen Entfernung oder was? Ja. Ja, könnte man machen. Ich habe mal einen Tank platziert. Moment. Guck mal bitte wie hoch der dann werden muss. Die Etage, die wir dann oben drauf setzen. Äh, schau da raus. Ja, ich weiß. Äh, uäh. Äh, genau am Ablotten. Ein, ja, dann machen wir ein Feld. Ich reise mir das kurz nieder und... Ich reise mir das kurz nieder und... Oh da, 1, 2, 3 Felder, genau. 1, 2, 3 Felder. Ja, ich bin gerade hier Dünge-Tanks am Basteln. Weil da will ich auch gucken, dass ich so viel wie möglich vorhalte, weißt du? Mhm. Für den Fall der Fälle, dass man mal was nicht im Blick hat, dass nicht gleich alles lahmlegt ist. Ja, ja, ja. So wie immer sonst. Ja. Habe ich ja damals schon mit meinem Single-Spielstand damals. War schon Katastrophe. Da stand ich dann überhaupt mit meinem Talent. Ja. Wichtig. Ich hab jetzt noch mal eine Reihe höher. Ich baue jetzt nur Ome zum Tank. Das ist jetzt eigentlich easy eigentlich ausgeht, dass wir... ... Du kannst sogar unten durchrennen. Ah, es stört drauf. Ich hab kurz ein Loch gemacht. Ich hab schon ja keinen Strom. Also, ich hab jetzt einmal das Dach bis zu dem gemacht. Da kannst du sogar bei dem Tank unten durchrennen. Also, wenn das genau auf den Tank läuft, kannst du für ihn. Ja, ist okay. Ist doch gut, reicht doch. Gut, passt. Ein Feld höher, oder was ist das? Das ist A von der schrägen 1 höher. Ja, gut. Ist auch in Ordnung. Hoffentlich ist das jetzt der End, Mann. Also höher muss er jetzt dann nicht mehr. Er dürfte dann alles gewesen sein. Ich mach mal eben schnell hier oben bisschen Strom für dich, dass man hier fliegen kann, weißt du? Ja. So. Ja. Wo ist das? Oh nooo, schlitt's ab. So, tanks, dann, so, oder, passt das, ne passt nicht, shit, ok, warte, das heißt muss, der Kante muss sich dran sein, ja, gut, dann geht das gut, zack, zack, und zack, so. Bei der Anquete kann ich, ähm, Solar pendeln, für die schrägen, ähm, der Tourbahn, dass wir die, dass wir den Strom besser haben herum. Ja, haben wir den schon geforscht? Hat er nicht. Ich glaub nicht. Der, an, an Solar haben wir, und das ist die, die, gerade. Vorher dreißen wir nicht alles weg. Habe ich nicht vor, das war jetzt. Na, das, was der, wenn ich da zurückkommt, das sieht doch nicht, der wiederholt wird. So. Du kannst auch mit Soup arbeiten, ne? Weil du brauchst nicht immer einzeln klicken. Ja, wir sind klicken. Ach so, ok. Schwupp. So. Ne, eigentlich war mein Plan nur wegzureißen, mal eben die, ähm, Platten wo die Tanks sind. Damit ich da basteln kann, aber irgendwie hab ich doch mehr erwischt, aber egal. So, dann machen wir hier, dann können wir hier mal eben das Stromkabel langziehen. Wie kehrt das mit Soup? Äh, Taste R. Also, wähl, du machst das Bauding, drückst das, was du bauen willst, und dann kannst du mit R, kannst du wechseln zwischen Soup vertikal und so Sachen. Und wenn du abreißen willst und mehrere gleichzeitig, kannst du STRG gedrückt halten, ne? Und dann markierst du dir alles, was du abreißen willst. Ja, ich will hier eigentlich, äh, markiert, äh, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig umbeziehen kann. Ja. Ist das auch mit R, oder was? Was du abreißen, äh, bauen kannst oder abreißen kannst? Bauen. Ja, mit R. Ja, also, du wählst deine, deine, deine Foundation aus. Ja, hab ich schon. Und dann drückst, dann steht da ja Standard, glaub ich, ne? Standard, ja. Und da drück, und jetzt drück einmal R. Und dann wechselst du das, glaub ich, auf Soup. Richtig? Ah, jetzt drückst du. Gefunden? Ja. Okay. Einfach rollen und einfach rein. Ja, genau. Und dann hast du mal eben, top, 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 eine riesen Fläche gebastelt. Und dann ist beim Abriss, hältst du ja STRG gedrückt. Ach Gott. Und dann kannst du auch eine riesengroße Fläche mit einmal weg schnabulieren. So, dann muss ich mal gucken, wie krieg ich jetzt die ganzen Dünger-Dinger hier zusammen? Wie viel Dünger stellt denn ein Teil her? Habe ich jetzt was nicht ausgewählt? Vier Kubikmeter. Drei. Da. Oh. Okay. Das wäre, du machst Holz. Da habe ich. Okay. Gucken, wo das heißt. Da, ja. Ahem. Hallo. 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 Da kommen ja nicht die Riesenmengen zusammen bei Dünger. Da kommen ja nicht die Riesen mengen zusammen bei Dünger. Hör. Ich... Ja, eventuell müssen wir gucken, die hier ein bisschen ausbauen. Das andere muss ich kurz los, ne? Besteht denn die Möjiktkajt eventuell, wenn es das erfordert, das Gebäude noch zu vergruben? muss nur vorwiesen komplett super ja ich weiß nur noch nicht das ist gerade mein problem wer ist gut ungefähr mit hohplaner wo gibt es weg oder wir bauen zweites gewächshaus dinge sind gebäude notfalls die gute frage in welche richtung ist ausbaut in die breite oder die länge weißt du was wir lassen das gebäude so wie es ist von größe von der breite von der länge und wenn man ausbauen müssten bauen wir einfach neues gebäude da machen wir da halt von außen weißt du so förderband lifte rüber weißt du wie ich meine so über so ähnlich wie brücken nenn ich es mal ja ja wäre doch eine idee wert oder gut dann müssen wir da hin zu überlegen ich muss nach da mit dem dünger kann ich doch einfach anders basteln das kann man doch ändern machen wir doch mal eben zack weil da probleme ist aktuell ich weiß nicht wie das mit dem dünger verbrauch ist ob das was wir hier dann herstellen ob das ausreicht wasser war schon was du machst eventuell müssen wir die dünge produktion nämlich auslagern so das heißt ja ja ich überleg soll ich da jetzt den flasprobe zu machen Also beim Wegreißen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ja, 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 natürlich, alles gut. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab nichts gemacht, das geht sich gar nicht... Mit dem Felschen geht es hier hinten nicht aus. Das sind zwei Felschen, die nehmen dann hier... Achso, der Veganer genommen. So, also... Wir produzieren den ersten Dünger. Jetzt muss ich nur mal eben meine Produktion anwerfen wieder, das heißt anwerfen. Meine Förderbänder unten wieder anschließen, dass die Sortieranlage loslegt. Äh, wir sind hier weg, verstehe ich nicht. Aber egal, machen wir mal eben. Schwupp. 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 So. Somit läuft das. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sortieranlage das macht, wie ich es haben will. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. ... Da kommen die ersten Jossebären dazu, das ist super gut. Ja, jetzt haben wir ja schon Mais-Muffins, Weizen-Muffins, Brot und Dogo-Futter stellen wir jetzt her. Sind schon mal gut weit. Gut weiter gekommen, sagen wir mal so rum. Ich überlege, dass wir gar nicht so intensiv spielen können, sag ich mal. Ja, das ist der iPod. Alles gut. Weil wir nur mal bewusst tätig sind, aber trotzdem schaffen wir in der kurzen Zeit, die wir machen können, jede Menge. Das passt, das passt, das passt, das passt jetzt wieder. Gut, das, der Sortier, die Sortieranlage ist ein bisschen so der das Nadelöhr, sag ich mal. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Eventuell lege ich die Sortiereinheit noch mal, noch eine Etage höher oder was. Mal gucken. Noch eine Zwischenetage hier in den Dachgeschoss reinbauen. Aber da weiß ich noch nicht. Ja, ich muss noch sagen, wo ich da noch das Loch lassen kann, dass du das reinbauen willst. Alles gut, so hoch brauche ich nicht. Also das, was du jetzt da oben aufbaust, ist finale Höhe. Finale Höhe, okay. Ja, hier oben ist Finale Höhe. Okay, da kannst du... Warte mal, geht's los einmal kurz, dass ich da landen kann in Notfall. Hier ist überall Strom. Naja, nein, nein. Also ich kann ja auch lang fliegen, ohne Probleme. Ich setze jetzt sofort die Wand und mache da Strom drunter, dass du dann... Ohne Gefahr landen kannst. Ja, ich schaue gerade oben jetzt mit dem Lift. Was denn, was ist mit Lift? Der Lift da haben wir ja auch da. Ja, boah, dass wir das eine Stück noch höher setzen zum Ende und dann auch die Decken gleich zu. Ja, machen wir gleich. So. So, na. Der Lift geht bis hier. So, dann mache ich mal eben schnell... Warte eben kurz, bevor du weitermachst. Ich setze eben noch eine Stromleitung darüber. Unter der Decke. Müsste es eigentlich wieder Strom haben, ne? Ich schick dir den Lift nochmal an, die ist eine Glas höher. Ja, ich bin dabei. Hast du eine neue Etage angelegt oder die alte umgeändert? Der hat die ist eine nur höher gestellt. Du brauchst nur den anderen höher... von dem anderen den letzten nur höher setzen. Ja, ich check nochmal schnell, ob das alles passt. Der dauert ja nichts gehendet bis jetzt. Alles gut. Dir traue ich. Ich traue nur den Aufzug nicht. Oder mir selber nicht. Hehehehehehe. Okay. So. Da machen wir dann 75. Müsste eigentlich passen. Nein. 80. Ja, 80 habe ich. Ist eingestellt. Aber das ist ein bisschen verkehrt rum, oder? Nee. Na, na. Ich habe doch noch... Ich muss dazu bauen, noch. So, ne, war das. Ja, ja. Warten wir drei Felder breit? Nee, wir haben auch zwei Felder breit. Ja, ich komme ja noch plotten. Wurde der Aufzug gedreht? Ist der Aufzug gedreht worden, der, ne? Na, na. Du hast. Wollen wir das Dach, äh, die, die Schräge komplett aus Glas machen, oder? Wie ist das geplant? Wie ist das geplant? Wie ist das geplant?